Aufnahme starten. Hi, willkommen zur nächsten Folge. Komm wir joinen. Was? Joinen wir? Drei? Warte, Aufnahme starten. Ja, mache Antwort. 321, moin Leute, willkommen. Ciao, wir joinen. Hi. Hö, warum ist Erdbeere-Rot drauf? Den habe ich gerade gekillt. Ey. Erdbeere. Mach. Rank. Set. Admin. Erdbeere-Rot. Alter, Erdbeere-Rot war voll der Drop. Kapper. Ich fand's toll, dass niemand direkt in die Mitte gegangen ist. Aber jetzt for real. Klar, ich habe schon gewusst, was da so recht drin ist, ne? Aber... Ja. Das ist eigentlich doch normal, dass man in der ganz, ganz Mitte das bessere Zeug hinmacht. Weißt du, was du meinst? Naja, dessen sollte ich wahrscheinlich auch außen looten, ne? Hm? Dessen sollte ich auch außen looten, ne? Ja, ja. Weil ich das alleine wollte. Blutgeier. Ey, aber ich habe es dir doch... Nein, ich wollte gerade sogar Helm und Hose droppen, was ich jetzt eigentlich... Was ich jetzt... Ach, egal. Helm und Hose droppen, so. Ja, 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 ja. Aber dann waren da welche und dann dachten wir so, ja, kacke, wir müssen jetzt draufgehen, so. Weißt du, was ich jetzt meinst? Ja. Und wir haben jetzt Essen gebraten hier. Ja. Ich habe jetzt 20 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Äh, Lending, Seenholz. Also ich fahre mit Holz, ne? Ich habe keine Höhe. Ich frage mal, Xenholz überfalten will. What the fuck? Was ist los? Ich habe einen Black Screen. Oh, auf Ehre. Ich bin wieder da. Ist die Aufnahme jetzt beendet? Ne, die Aufnahme läuft noch. Ich gebe Amor. Ich gebe die Aufnahme. Ich gebe die Aufnahme. Ich gebe die Aufnahme an. Ich weiß sogar, ich glaube, wo Xenox gespawnt ist, also könnten wir predikten. Ja, hast du eigentlich Holz, Digger? Äh, ja, 24. 44. Legend Lenny, äh, Fight? Ja, okay. Ach, Snoopy Girl, die ist aber nicht gut, das weiß ich. Bei Legend Lenny habe ich keinen Plan, Digger. Aber Snoopy Girl ist auf jeden Fall nicht gut. No Hate an Snoopy Girl, natürlich. Äh, Full Hate an Snoopy Girl. Ja, genau. Oh Gott, Alter. Ich dachte gerade so, was ist das? Warum ist das so ein hässlicher Goldschwast? Ne, ist so, Alter. Voll die hässliche Missgeburt. Ja. Bastard. Ah! Wenn es der Ende... Ja! Ey. Oh Gott. Reaper machen so viel Schaden. Oh mein Gott, Alter. Ich wollte mich gerade vom Creeper boosten lassen, aber ich glaube, ich wäre gestorben. Äh, Snoopy Girl, Fight? Nein, die will nicht fighten, glaub mir. Oder S will nicht fighten, klar. Weil Frauen haben ja... S halt. Ah. Genau so. Die fighten, die fighten nicht. Das ist ein Head in Mains. Da sind, äh, wollen wir zum Spawn, Papa? Na, hier, was muss ich? Ohne, wir sind sexuell. Warte mal. Fight? Ich frage mal, ob jemand fighten möchte, weil... Wenn jetzt jemand, wenn jeder Nein schreibt, dann... Dann ist es halt so. Fight? Nee. Hier, bitte. Fight? Mal schauen, ob die vielleicht fighten wollen. Da ist ein Boot. Alter, Navix hat was in der Konflikt eingestellt. Die Dings, die, die Bäume droppen zu schnell. Was, das ist ein Boot? Ja, hier ist ein Boot. Vielleicht ist da jemand. Was droppen die Bäume? Die droppen zu schnell diesen Zack weg. Weißt du, was ich meine? Das ist doch gut. Nein, das ist nicht normal. Das ist doch schön. Das ist gut für... Das ist eigentlich für alle gleich. Gut. Ja, dann lass ich jetzt schnell Äpfel fahren, bevor das noch umgestellt wird. Der hat schon Tatsumi. Wollt ihr nicht... Oh, Mann. Der ist entkommen halt. Das ist eklig. Wär geil gewesen. Hätten wir so... Hätten wir den noch bekommen, so weiß ich nicht. Ja. Boah, das wäre so geil gewesen. So saftig. Ich muss noch 5 Kills, Digga, muss los. Ja, aber es hätten mehr sein können. Es lebt ja kein Guter mehr außer Kruksai. Der Pickboss Band ist ja tot. Loiloi, okay, da war er noch nie gut. Haha, okay. Hast du Zuckerrohr? Ich hab Zuckerrohr, okay, geil. Ich hab auch 11 Zuckerrohr. Ich hab auch 11 Zuckerrohr. Ehre. Das war der Illuminati-Sound, falls du dich fragst, ne? Ja, ich wollte schon sagen, deine Stimme ist so wunderschön. Danke. Ich kann da auch noch nachher was... Ich kann... Nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, dann zeige ich dir auch, was so wunderschön ist. Okay? Scheiße, jetzt... Ich hoffe, das ist ein Versprechen, ne? Ja, wenn ich in Berlin bin irgendwann. Ah, okay. Also bis 10 Jahre. Bis nicht mehr, ne? Wir hätten es eigentlich Hashtag... Ähm... Ähm... Hashtag... Die Joten Army. Nein, Hashtag die Jungfrau genommen nennen sollen. Ja, würde er nur auf dich zutreffen. Kappa. Nein, auf dich, weil... Ach, egal. Will ich nicht erklären im Video. Aber du weißt ja was, ne? Jo. Swann. Wir tun wir one den aber. Nein. Da fight ich aber. Brauch Kills. Ohne Staff aber. Ohne Staff. Ja, Domund fightet. X-Mu. Ohne Staff, jo. Also mich freut ja, dass es schneller droppt, aber... Also irgendwie sehe ich nichts von Äpfeln. Oh, ich habe Apfel. Ja, moin. Äh... Ich sehe nichts von Äpfeln. Geht jetzt noch Apfel? Vor allem, ich habe gerade die echten Codes von uns gesendet, oder? 700, 200... Du bist so ein Opfer. Nee, ich habe das eigentlich so mit Absicht so gesendet, damit die denken, die sind nicht am Spawn, ne? Aber, das Ding ist halt, vielleicht kämpfen die jetzt so am Spawn. Oh, hier ist eine fette Höhle. Ich meine, nicht deiner Mutter. Hä? Geht es noch fetter als meine Mutter? Ja, hier ist eine Höhle, die ist fetter als Mo, Digga. Kommst du? Ich glaube, die gehen spawnen. Äh, ja. Wir sind... Ja, lass doch in die Höhle, gönn dir mal, wie fett hier ist, Digga. Scheiß drauf, oder? Wollen wir voll befeiten? Ja, nein. Du, das ist mir egal, schreib du. Ich gebe denen einfach so groß. Die werden eh nicht kommen. Ich kenne mich, ich kenne die Mini-Fachspieler. Die sagen, komm, fighten, und dann wollen die nicht. So bin ich auch immer. Wie viel Essen hast du? Ich habe nur 13, insgesamt so. Insgesamt habe ich 16. Okay. Welchen? Ich kenne mich. Ich muss nur kurz was mit der Maus einstellen Gut, jetzt kommt keiner Also wenn jetzt jemand kommt, dann bin ich tot Dann mach ich aber alt F4 Weil meine Maus ist jetzt erstmal aus, kurz Das ist ein Name bei dir Oh Machst du gerade echt deine Maus aus? Jetzt ist sie wieder an Achso Crank Ist wieder aus Ist wieder aus Dashi ist doch gestorben Oh ne, Maus ist gestorben Dashi und Gunebe Die hätten wir killen sollen Dashi und so Dashi ist wieder aus, Hilfe Dashi ist wieder aus Dashi ist wieder aus Monod unbejahre malo m m m m er so ab was macht jetzt auf der main account mit dem 300 abs oder 9 wo lädst du jetzt noch mal hoch genau muss gucken sehr spezifische anlage keine ahnung das ist wort gibt es jetzt spezifisch aber okay willst du spawnen gehen ja nein keine ahnung ich bin verleihung ok ja komm gehen wollen wir hoch gehen ich mache mir jetzt auch gerade verleihen also ich bin noch oben die du schon mal sparen warte ich muss noch kurz braten wir sind die kurz ausbohren 0 0 eigentlich sehr schön aber das lustige war halt ich weiß vielleicht jetzt ich gerade nur scheiße aber ich wollte eigentlich nur zuerst dings eine kettenbrust und ich glaube schuhe reinlegen aber dann hat er hat hat dann habe ich gesagt ja mach doch direkt dann schon full kette dann war cool fetten full ketten sind dann habe ich halt den gold gerne kette ich wisse dann haben wir es ein bisschen so geändert zu hätten hose brust und alles weiß nicht mal und dann noch gold sachen dazu weil es ist eigentlich gleich gut die kette rüstung bringt was gegen verbrennen ja ja und so oder entweder bei einer 1.4.7 die wir sind meine lieblingsvision by the way da konnte man mit der ketten rüstung gar nicht nicht mal verbrennen es ging aber das war so gut wie möglich auch so mit historien ja dann war es eigentlich so normal 00 hast du gesagt das heißt ja ich bin ja du mir das brot holen brot holen brot hol ich mir was da war wow ist das weg ich hab's auch dom und du bist dein opfer komm zu mir ich gib's dir ich hab mir jetzt schon eins gecraftet du arschloch naja ich bin das ist eigentlich ein witz weil ich bin ja so weit tief in deiner mutter drin grad das wäre englisch das wäre ein joke haha lustig habe ich genug alter nee wenn man gerade wenn ich mit facecam machen würde würde man gerade sehen wie meine Mundwinkel sich immer mehr nach unten ziehen warum weil du so unlustig bist ach man ich dachte ich wäre der lustigste kauz bin ich so unlustig ja schreibt es mal in seine kommentare in meinen muss stehen dass ich voll schlau bin guckt hier keiner Varus guckt bei mir nie jemand bei dir schaut niemand was ehre nach eurer folgen bei der abstellung noch restart alles klar digga digga save restart jetzt weil digga alle die tot sind stimmt für restart ja alle waren ich hab für der absolut kann sind ich hab dann wie soll das dann spiel ich auch nicht mehr mit digga und wenn wie start ist lösche ich den bot also ja du bist du bist ... also ganz ehrlich ich lösche einfach den bot wenn ihr ... ... also ganz ehrlich ich habe sogar gesagt egal was ist kein restart navix hätte einfach nicht kämpfen sollen nach sich verstecken sollen wenn er als admin sterben will also vor ihm als echt man das von offentag jetzt eigentlich ist man oft als admin so dass der kerl wo man sagt natürlich nicht ich will genüß dort ich habe von ich habe am anfang des projektes gesagt es ist egal was ist wie starte mich das macht das projekt noch schlechter als das ist dann eh schon das land ist jemals bohnen ja nein niemals ja niemals braun ah geilt aber ich hab dir auch kaum das war so ein holster folgen